Du Dummschwätzer, du Loser, du Laberbacke, alles abzocke, danach hast du ein Abo am Hals, du bist zu fett, dein Pulli ist hässlich, so oder solche ähnliche Kommentare sind leider in der heutigen Zeit gang und gäbe. Vielleicht ist es dir auch schon passiert unter deinem YouTube-Video oder einem Social-Media-Post, dass du so oder so einen ähnlichen Hasskommentar bekommen hast, dann schreib jetzt mal eine Eins in die Kommentare oder gerne auch den Kommentar und das ist das heutige Thema. Ich möchte dir beim heutigen Video ein paar Tipps mit an die Hand geben, aus Erfahrungswerten, wie ich mit Hasskommentaren umgehe und bevor wir richtig starten, empfehle ich dir jetzt, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Und Hater sind in der Regel arme Bratwürstchen, die mit ihrem eigenen Leben sehr unzufrieden sind, gefrustet sind und auf solchen Plattformen wie YouTube zum Beispiel nach Aufmerksamkeit lächzen. Ich habe glücklicherweise eine gute Community und bisher relativ wenig Hater, aber für viele ist es eben dann auch ein Neidfaktor. Je erfolgreicher man auch wird, desto mehr Hater hat man dann, so ist das eben, aber in der Schule hast du auch nicht jeden gemocht, das ist einfach so, man muss auch nicht jeden mögen. Ich mag auch nicht jeden von daher, Handhabe ich das auf meine Art und Weise, beziehungsweise wie der Terminator, spricht zu der Hand. Ich ignoriere konsequent jeden Hasskommentar, es sei denn, es geht in die Richtung Drohung, das hatte ich jetzt bisher auch noch nicht. Dann muss man natürlich andere Wege gehen, aber ansonsten würde ich niemals mehr Lebenszeit und Lebensenergie für irgendeinen Hater investieren. Was ich dir oder was ich euch definitiv nicht empfehlen würde, ist die Strategie oder die Variante aus dem Auge, aus dem Sinn, sprich die Kommentare löschen. Nicht sehr empfehlenswert, weil in der Regel stachelt man dann die Hater noch mehr an und man gießt im Prinzip das berühmt-berüchtigte Öl ins Feuer und man wird bestraft mit noch mehr Hasskommentaren und davon würde ich also definitiv abraten, Hasskommentare einfach stehen lassen, einfach simpel ignorieren, aber nicht einfach löschen. Also wie gesagt, ich rate von Kommentieren ab, aber Hater sind ja grundsätzlich darauf aus, keine konstruktive Kritik zu üben, sondern sie wollen einfach nur ungestört meckern und motzen. Und wenn es, so ging es mir auch natürlich schon, mal unter den Fingern juckt, dann hilft vielleicht eine Variante, indem du einfach intelligent konterst, damit rechnet ein Hater nie, wenn der zum Beispiel schreibt, alles Scheiße, Scheißprodukt und so weiter, kann man dann möglicherweise mal drunter schreiben. Vielen Dank für dein Feedback zu unserem Produkt. Was können wir nach deiner Meinung nach besser machen oder sowas in der Richtung? Und dann wirst du in aller Regel von diesem Hater Ruhe haben und deine Community und alle, die es lesen, rechnen es dir hoch an, dass du eben so fair reagiert hast. Nichtsdestotrotz solltest du jeden Hater ernst nehmen, denn es gibt eben manche Menschen, die können sich schriftlich nicht so gut ausdrücken. Es kommt schriftlich auch nicht so rüber, wie wenn man jetzt die Gestik, Mimik und die Tonlage eben hört. Deshalb jeden Hater ernst nehmen. Manchmal steckt vielleicht wirklich ein wertvoller Inhalt dahinter, den der Hater vielleicht gar nicht böse gemeint hat, den einen dann persönlich auch wieder weiterbringt. In diesem Sinne jeden Hater auch selbstverständlich ernst nehmen. Perfekt gibt es nicht. Keiner ist perfekt. Von daher sollte man auch dankbar sein. Und zu guter Letzt muss man natürlich auch unterscheiden, ist es jetzt ein Hater oder ist es eben ein Kritiker? Wenn einer konstruktiv kritisiert, bin ich sehr dankbar. Auch jetzt ab in die Kommentare. Kritisiert mein Video, kritisiert mein Kanal und mein Dasein und alles Mögliche. Da bin ich sehr, sehr dankbar, denn nur so kann man wachsen, denn nur so kann man gemeinsam wachsen und immer besser werden. Man sieht es an meinem Thumbnail. Ich werde vor und nach einem Hass- und Kritikkommentar der gleiche Mensch sein. Die Frage ist nur, was nehme ich aus der konstruktiven Kritik für mich persönlich mit? Was ändere ich danach? Und wie gehe ich souverän mit Hasskommentaren um? Und ja, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dass kein Mensch perfekt ist, das siehst du jetzt im Anschluss an das Video. Da habe ich hier drei, vier Outtakes reingepackt von diesem Video. Ist ganz witzig geworden. Du kannst ja mal dranbleiben. Abonniert hast du meinen Kanal schon, kommentiert hast du auch. Und in diesem Sinne, ich bin der Carsten Feuerbach, schwer in Ordnung. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Bis zum nächsten Video. Bleib gesund, mach's gut. Ciao, dein Carsten. Hater sind ja in der Regel, ähm, was sind die denn, hey, was wollte ich denn jetzt sagen? Leck mich am Arsch, hey. Hate, hate, hate. Hater sind ja in der Regel arme Würstchen, ähm, die mit ihrem Leben selber nicht zufrieden sind, gefrustet sind. Und die solche Plattformen, solche Videos, egal, auf YouTube oder sonstigen solche, solche Plattformen. Hater sind ja keinesfalls auf konstruktive Kritik aus, sondern sie wollen ja einfach wirklich nur ungestört meckern und motzen. Und wenn's trotzdem mal unter den Fingern juckt, ähm, dann juckt's. Genau. Jetzt bin ich weg. Oder und doch, danke. Danke. końveste alrededor. Danke. ��